Minus 10.000. 70.000. Minus. Ah, jetzt bin ich da. 10.000. Oh. Ach komm. Teleportier mich mal zu mir. Oder hol mich mal eben. Bin zu vorn. Ich will. Nein. Italienisch. Ja. Aha. Ich hab dich grad mal zu mir gebootet da bist du. Komm mit. Das Ding ist geil. Ich kann dich nicht loslassen. Ah, jetzt. Ich komm hier nicht weg. Ich komm hier nicht weg. Jetzt. Ich komm hier nicht weg. Ich hab dich scheiß beide hochkang gesetzt. So die muss irgendwo. Boah ist das am Längen grad. Nee. Da muss ich fang. Wie soll hier irgendwo sein? Soll. Nach manchen Aussagen soll die weit bis 10.000 sein. Was ist denn hier runter? Guck mal. Oh. Können wir hier gucken. Komm her jetzt zu mir. Ja. Okay. Ich hab mich mal freedom ey. Bist du. Also nicht. Oh. Hallo Lava. Oh. Das ist schon zu weit. Solltest du zu mir kommen. Solltest du zu mir kommen. Solltest du zu mir kommen. Um hier. So. Aber die soll irgendwo auftauchen. Oder wie. Ah ja. Die soll bei 10.000 sein. Hm. Ich mach mal grad Internet offen. Ja. Ich google mal nach The Wall of the North. Angeblich soll sie bei 10.000 sein. Minnegrift. Minnegrift. Hier und an. Boah. Boah. Wallhack. Wall of the North. Hacksied. Mh. Mh. Ich führ mal ein Schafgassi ne. Ha ha ha. Hab ich grad annehmen hier vor. Ha ha ha. Äh. The Wall of the North. Ach komm. Mh. Mh. Und tschüss. Mh. Mh. Die Mauer des Nordens. Die auf minus 80 Z. Mh. 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 Du stinkst. Wie ein Glied. Äh. Mh. Gib mal die Koordinaten. Maroi des Herrn. Minus Birsen. 1265. Minus. 1265. 146. Trendzeichen 146. 146. Und dann minus 7930. 7930. Ja. immer noch so ein modelo hinter mir jetzt muss ich tp flash dozentos und kann ich noch nicht mal tap machen muss ich ernsthaft deinen namen schreibe ich habe keinen bock deinen namen zu schreibt ich geportet hier ist die wall of north das ist ja die ist sie doch siehst du im salabim um jetzt den klugscheißer zu spielen die ist 15 blöcke breit 72 blöcke hoch und irgendwie weiß nicht wie breit klugscheißer kann auch ablesen ich weiß ja ich bin ja der städteführer mal gucken du fließt einfach schön in die andere richtung und hier ist sogar ein golem ding hier und hinter sollen die verdammt stark sein aber ich merke da nichts von ich kann keine truhen öffnen hier ist ein loch dazwischen hallo golem wie lang soll die eigentlich sein das ist nicht angegeben es leckt nur übelst ja weil ich gerade am laden bin fließt in die andere richtung und ich fliege auch in die andere richtung jawohl ich will aber nicht dass du zu mir kommst okay ich will nicht ich will unten gucken was hier unten ab geht glaube er gar nichts hier war das nicht dieser stein den auch hat das den schwarzen welchen runter ich sehe da keinen schwarzen stein und auch hier unten ist schwarzer stein wieso ich dachte dass er bedwalkt aber es war noch nicht so weit tschüss achso den gibts ja auch okay tschüss nein nein das habe ich noch selbst zugebaut ich Idiot habe ich dich eben überholt oder was ja nein er kommt mir hinterher nein na 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 Ja, du bist doch behindert Ehrlich Nein, hab ich verfehlt Lalalala, nein Los mit dem Schon ne Stunde jetzt, ne? Bindi-Modus Ja, ich weiß Ah Eiei, Captain Was machst du immer? Wo teleportierst du dich immer? Ich mach doch gar nix Was ist los bei dir? Hallo Oh Okay, wir hauen mit den Fäusten, okay Ahoi Ich will nicht ein Hündchen sein, lass mich in Ruhe Weee Warum kann ich nix machen Ich find's geil Ehrlich los Hundi Ist er da auch noch rein Weee Komm mit Boah Ist das am lecken Ey, auf damit Lass uns los Lass los Lass los Wir sind am lecken Na, das spackt hier rum Ich kann grad nicht loslassen Lass mich los Geht grad nicht Warte mal, du hast echt so ne Leine rum Lass mich los Ich will nicht Jetzt hab ich meinen Rucksack in der Hand Gehabt eben Ich kann die grad nicht loslassen Komm, schmeiß ich weg Habe ich eine kackleine rum Ich hab das Ding immer noch Doch Ja, du musst nochmal drauf gehen aufs Ding und nochmal einfach drücken Hab ich doch Der leckt mich zu sehr Doch Ich hab das Ding grad weggeschmissen Ja toll, warum hast du es jetzt weggeschmissen Jetzt ziehst du mich die ganze Zeit Ich will nicht So Ah, geht doch Ich wollte nicht mehr Ich hab auch versucht Aber es ging immer noch weiter Centos Und Tier sollen die schwerer sein? Ja Hinter der Wand sollen die schwerer sein Ja, welche Richtung Ja genau Richtung Norden wieder Achso Achso, ich weiß warum die Spanner sich ja nicht aktivieren Weil wir GM sind Hm Das kann natürlich sein Hallo Centos Was bei dir? Gucken sie jetzt mal her? Er versucht, mich überzukriegen Was denn? Ich mach doch gar nichts mehr Jetzt hab ich nur Ich hab's weggeschmissen Hallo Golem Ey, lass mein Golem auf Ruhe Jetzt hast du den Golem Hallo Oh tschüss Oh tschüss Los mit dir Wo hast du hier Blut gemacht? Guck mal wie böse du bist Ich hab nichts gemacht Du hast alles blutig gemacht Guck mir Ok, jetzt was wir gehen YOLO YOLO Nein 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 Nein, nein Nein, nein Nein, nein Was machst du hier? Ich gar nicht Kommst du wohl her? Ja Der versucht mich echt zu kriegen Sei ein braver Hund Aber ich würd sagen mit diesen Scheiß bellen mir jetzt die Aufnahme Und bis zum neuen Projekt Ciao, ciao Ja 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 Da No Ja 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 ghetto Ja Ja Vielen Dank.